Glück auf Schalker Benmanger, gibt Case von Wonderen eine Jobgarantie und wie sieht es mit unserem U19-Juwel aus? Kommt Amu Tsuchibara endlich auch mal zu den Profis oder wird er weiter in der U19 spielen? All das in dem Video, schreib deine Meinung gerne mal unten in die Kommentare und abonniere natürlich auch gerne den Kanal, um auch kein Video mehr zu verpassen. Case von Wonderen hat keinen einfachen Stand beim S04, das wissen wir eigentlich von Anfang an, denn von Anfang an war die Kritik von vielen Leuten durchaus groß und teilweise auch einfach echt unfair, weil der Mann hatte noch nichts gemacht, da war der schon auf dem Abstellgleis. Nun sind es drei Spiele und drei Niederlagen und dementsprechend geben schon wieder die Gerüchte rum, dass bei einer Ulm-Niederlage der Trainer eventuell nochmal gewechselt wird und Case von Wonderen sein Amt schon wieder verliert. Nun ging das so weit, dass ich sogar Ben Manger dazu genötigt fühlte, darüber mal kurz aufzuklären und ich möchte euch das hier mal kurz wiedergeben. Es ist absoluter Bullshit, dass Case bei einer Pleite in Ulm fliegt. Egal was in Ulm passiert, er bleibt. Da könnt ihr mich beim Wort nehmen. Die dritte Pleite in Folge, das bedeutet nichts. Gar nichts für den Trainer. Wir arbeiten in Ruhe weiter. Wir wollen die Leistung aus der zweiten Halbzeit mitnehmen, ins Spielfreitag in Ulm. Trotz der Niederlage ein Kompliment an die Mannschaft. Sie hat nach diesen schwierigen Wochen eine Reaktion gezeigt. Oh, ich kriege Flashbacks. Gerade in der zweiten Halbzeit gegen einen Bundesligisten so aufzutreten, das ist gut. Da gibt es heute lobende Worte, an der Einstellung hat es nicht gemangelt. Nochmal, ich bekomme Flashbacks mit dieser Reaktion gezeigt. David Wagner, das waren auch noch Zeiten. Bessere, ehrlicherweise, weil Erste Liga. Aber nun gut. Dementsprechend Case von Wonderen zumindest vorerst mit einer Jobgarantie. Und das ist ja auch ehrlicherweise für mich persönlich die richtige Entscheidung, weil vier Spiele, das wäre schon echt ein neues Kapitel beim S04, so früh jemanden zu entlassen. Das wäre eine Ansage. Aber wenn es nach Ulm weiter nicht funktioniert und da kommen ja durchaus auch Spiele, die man dann gewinnen muss, unter anderem mit Regensburg, da muss man aber sich hinterher mal irgendwann hinterfragen. Aber fürs erste erstmal bleibt Case von Wonderen definitiv. Said Amuso-Chiabara, ich werde einfach mal nur Said sagen, ist ein bisschen entspannter, ist das große Juwel aus der U19 vom Verein. Und ui, der liefert so richtig ab. In der U19-Nachwuchsliga 10 Spiele, 13 Treffer, 2 Vorlagen, auch beim DFB-Pokal 2 Spiele, 4 Tore gemacht. Der haut so richtig raus. Und viele schreien natürlich auch verständlich mittlerweile danach, dass er doch endlich mal bei den Profis trainiert, respektive vielleicht sogar spielt, insbesondere momentan, wo wir in der Offensive nicht gerade auf Blumen gebettet sind und einfach super viel Verletzungspech haben, teilweise dann auch immer wieder vorm Tiefs haben. Dementsprechend wäre das natürlich die einzig clevere Möglichkeit und viele erwarten ihn. Nun hört man von der WAZ, auch gegen Ulm wird er nicht spielen, auch gegen Ulm ist er nicht im Kader, aber man möchte wohl in der Länderspielpause ihm die Chance geben, dass er ein bisschen bei den Profis mittrainiert, um dass Kees van Wonderen sich dann ein Bild von ihm macht, um dann zu entscheiden, ob er eventuell für uns direkt schon bei den Profis spielen kann oder nicht. Muss man dazu sagen, das ist natürlich noch ein super junger, der ist 18 Jahre alt, ist 2006er Baujahr. Er fühlt mich schon ein bisschen alt, bin ich ja ganz ehrlich. kam ja von der U17 von Bayer Leverkusen zu uns 2023. Am Ende des Tages, momentan, wenn man das so sieht, ein verdammt guter Transfer. Ich bin sehr gespannt. Kees van Wonderen hat sich dazu, wie gesagt, geäußert. Ich zitiere das einfach mal. Wenn es um einen U19-Spieler geht, muss erst einmal Norbert Elgert sagen, ob es der richtige Schritt wäre. Es ist bei Talenten außerdem nicht so, dass ich Spieler hochziehe und ins kalte Wasser schmeiße, die ich noch nicht selbst im Training gesehen habe. Soweit absolut verständlich. Norbert Elgert, ganz wichtig, soll da natürlich auch so ein bisschen die Hand drauf haben, weil wenn der dir sagt, yo, du bist so weit, ich glaube, dann bist du auch so weit. Dementsprechend grundsätzlich durchaus verständlich. Dauert mir das vielleicht eine Woche zu lang auf zwei? Ja, schon. Weil man hätte auch durchaus auch schon die letzte Woche nutzen können, um dem mal so ein bisschen Trainingszeit zu geben. ist jetzt nicht unbekannt gewesen, dass der erstens eine absolute Granate ist und zweitens, dass wir da vorne ganz schöne Probleme haben. Hätte ich dir nach dem Hannover-Spiel sagen können? Hätte ich dir nach dem Fürth-Spiel sagen können? Hätte ich dir nach dem Augsburg-Spiel sagen können? Dementsprechend vielleicht ein bisschen langsam alles, aber ich bin sehr gespannt, wenn der seine Chance im Training bekommt, wie der abliefert. Weil, wie gesagt, schaut euch mal ein paar Videos, vielleicht auch auf Twitter, auch von dem Knappenschmiede-Account an. Alter Vater. Er ist schon ein ganz schönes Biest, muss man sagen, in dem jungen Alter. Klar, U19 und zweite Bundesliga ist was komplett anderes. Dementsprechend, der bräuchte Zeit und würde uns nicht gleich zum Aufstieg schießen. Perspektivisch habe ich aber verdammt Bock auf den Jungen, ganz im Ernst. Der wirkt schon brutal weit, muss man ganz klar sagen. Deine Meinung zum Spieler und auch natürlich zum Trainer gerne unten in die Kommentare und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video.